ja hallo und herzlich willkommen zurück zu Kontrolle letzte Woche letzte Woche letzte Folge Prozent haben wir uns ein bisschen mit zu einer roten blöden Ampel um umgeschlagen und Prozent es war ein bisschen ja gar nicht aber es war in Ordnung jetzt fehlt nur noch ein japanisches Lamping Jung und Handschuhe und fliegende Briefe und ich würde äh schätzen das wie hier falsch sind das unter uns ähm das jetzt abkürzung abkürzung das ist ein bisschen rot hier fliegt er mir hinterher fliegt er mir hinterher ne gut so was ist hier drin hier sind noch neue Dinger Surfboard da nichts da nichts gut also fliegen wir mal hier runter äh ja hier auf der anderen Seite ist auch was da will ich doch mal gucken was ist das denn ein Kristall ein ein Tannenbaum was süß so da ist ein Klobus ah über den haben wir schon mal was gelesen wo geht es dann in die Archive da müssen wir nicht hin aber egal oh 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 Jungs, jetzt mal einen Halbtank. Oh nein, da ist doch einer. Ah, ich lese mal. Äh, von Philipp P. Außer du, hat mich sofort gefesselt. Es hat mich, äh, es hat mit grausigen Zerstückelungsszenen angefangen und die, was? Und diese unbekannte Kreatur, die sie den Fixer nennen, hat für unglaublich beunruhigende Stimmung gesorgt. Als begeisterter Horror-Fan hat es mir super gefallen, wie die Geschichte die Genre-Standards hinter sich gelassen hat und in etwas abgefahrene Bereiche abgedriftet ist. Alles wirkte vertraut, aber irgendwie war, irgendwas war faul. Sogar die Charaktere machten Bemerkungen darüber, wie ihr Leben außer Kontrolle geraten, ähm, als hätten, hätte man sie dazu programmiert, dieselben Lehrer-Handlungen, ähm, immer wieder durchzuführen. Ziemlich meta. Äh, und das Ende war auch offen. Das war richtig klasse. Was ich, ähm, was ist mit, ähm, dem Typen passiert, der für den Rest seines Lebens die Monitore anstarren musste? Hat der Fixer ihn erwischt? Ist er tot? Ist er mit den anderen in die, in der parallelen Realität gelandet? Wir wissen es nicht. Und das ist völlig in Ordnung. Alles in allem ist, äh, es ist ein interessantes Buch. Ich gebe ihm solide 4 von 5. Die unbehoffene Dialoge, die, die, äh, und die unglaubwürdigen Entscheidungen, die die Charaktere treffen, geben Punktabzug. Wer zum Teufel würde in so einem, einem schrecklichen, Me, Metzlfest auf die Anweisungen seines Chefs hören? Aber für eine, äh, weißt du, was ist los? Aber von einem fiktionalen Werk sollte man sich nicht zu viel Realismus erhoffen. Joa, geh. Oh, wie ich einfach nur, äh, ja, zuschauen, wie es auf mich zukommt, ne? Tja, hier kommst du nicht hoch. Das wär mal cool. Warte mal. Das wär echt mal cool, wenn ich das, äh, töten könnte. Bäm. So, da kann ich noch ein? Mach mal die Tür zu, sonst kann ich nicht mehr kommen, das Viech rein. Ähm. Ist hier irgendwas? Oh. Oh, nicht, äh, nicht, äh, noch so ein Film. Oh Gott. Pff. Hahahaha. Das ist gefährlich. Aber stört den Kapitän, eh, ah. Du. Kann ich ihn mit einem Stock pieksen? Okay. Erhöhtenregel 74. Oh. Sei immer misstrauisch bei Dingen, die eben noch nicht da waren. Sieht ganz sicher aus. Esel im All. Esel im All. Warte, der ist nicht mal angeschlossen. Oh Gott. Oh. jetzt ich habe nur einmal kurz fernsehen geschaut komm mal zu mir Entschuldigung Ich kümmere dich mal um das Kmasher. Esel im Ei. Das ist das Archiv. Wir müssen in den Krankenflügel. Alter. Jetzt mach schon auf. Schweine im Weltall. So, also wir müssen jetzt wieder nach unten. Wir können schnell zur Logistik reisen. Ja, aber nee, das bringt ja nichts. Das ist ja eh gleich da. Ihr habt nicht zufällig ein Brettspiel dabei oder sowas? Sicherheitspersonal, das im Dienst bei nicht benehmlichen Freizeitaktivitäten erwischt wird, wird entlassen und muss mit Konsequenzen rechnen. Ein Nein hätte auch gereicht. Ah, was sehe ich denn da oben? Du, 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 du. Das ist ein bisschen gruselig. Versteckten Ort entdeckt. Naja, so versteckt war der ja nicht. Oh, aber das hat sich gewohnt. Schleudereffizienz. So. Äh, dann werde ich mal schauen. Schmetterer. Ja. Stich. Die muss ich dann auch mal, ähm, aufwerten. Genau, Schleuderenergiekosten. Ja, die sind alle nicht so... Bombe. Ah, ja. Na, dann kommt mein Püppchen. Hi. Ganz eine Schuld. Wer will eine Stange auf den Kopf? Ernsthaft? Komm her, komm her. So. Oh, du kommst dich jetzt mal an die verbliebenen. Waffen-Modifikation voll. Na dann. Äh, ich hab nach sehr viele Einsam. Und Zweier. Ja, komm. Die Zweier brauche ich nicht mehr. Rückstoß, Minus, Zoom. Brauche ich nicht. Ähm, jetzt noch Einser. Schaden beim Zählen, ne. Schaden nach Tötung. Ist auch nicht so. Schmetterer. Plus, plus, plus drei. Naja. Spenderer. Haben wir ja jetzt eigentlich nicht. Upsi. Waren wir hier schon drin? Schon, oder? Ja. Dachte ich mir. Okay. Okay. So. Okay. Dann muss ich hier rum, oder? Ja, das ist der Krankenkollegger. Ah, da komme ich noch nicht rein. Verdammt. Da komme ich auch noch nicht rein. Da komme ich überall nicht rein. Ich brauche, ähm... Oh, hi. Wach. Hi. Tschüss. Guck mal her. Ich will doch nur da rein. Hä? Wie soll ich das denn noch holen? Die kommen ja wieder. Hä? Wieso kommen die wieder? Was ist das jetzt? Ähm Was geht hier denn ab? Was geht hier ab? Ih, da ist ne Hand! Wie, jetzt erst eine Tschecke Was ist das denn? Ach, das ist der Handschuh Ach Gott Das ist also der Handschuh Ich, äh, okay Das ist also der Handschuh Vielen Dank Da wollen wir auch schon trennen Bin ich sehr sicher So, gut Dann noch der japanische Papierlampion Und Ja Besser schon eben Äh, und Dann noch die fliegende Briefe Aber Das machen wir Nächste Runde Äh Vielen Dank Für's Zuschauen Und Ja Bis zum nächsten Mal Bye Bye Bis zum nächsten Mal 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 Bis zum nächsten Mal